Ja mei, was ist jetzt das? Ich hab dir gesagt über die linke Schütte, du Vollbacher! Arsch! Ja nu, was wird das denn jetzt? Also, ein bisschen was Geräusche machen musst du schon beim Rand schippern, ne? Sonst kann ich dich ja nicht hören. Wie soll ich denn da reagieren? Komm jetzt noch mal ein, ja? Noch eine Runde, okay? Ja gut. Ja nu, genau so! Perfekt! Martin, haben wir den Cut? Dann rein damit ins Studio! Hi. Ich weiß auch nicht, was das gerade sollte. Ich bin Roman. Zwischen 21 und 31 bekomme ich alles auf die Bühne und vor die Kamera. Ich bin kreativ, intelligent. Ich liebe anspruchsvolle Arbeiten. Ich würde mich freuen, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Und wenn Sie mich anrufen, dann erwartet Sie unter anderem dies. Spott-on! L'amour? Es ist wie ein Tag ohne Sonnen. Es ist wie eine Nacht ohne Etoile. Es ist wie eine Nacht ohne Etoile. Aber mit Ihnen ist das nicht so. Ich bin in der Welt. Ich fühle mich vivend. Ich habe nicht viel herausgefunden. Und was ich herausgefunden habe, wird Ihnen nicht gefallen. Ich bin in der Welt. Ich kann es auch einfach vorstellen. Es ist wie eine Nacht ohne Etoile, die sich gefunden hat. Ich bin in der Welt. Das ist wie eine Nacht ohne Etoile. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt. Musik 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 Musik